Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 29. Februar. Erste gute Nachrichten aus Hadamar, Sperrung der B49 in Wetzlar und Rekordtemperaturen im Februar. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Erste gute Nachrichten aus Hadamar. Seit 6 Uhr am Mittwochmorgen findet kein Gasaustritt unter Druck mehr statt. Diese wichtige Nachricht am Morgen wurde am frühen Abend vom Sprecher des Landkreises Limburg-Wallburg, Jan Kiesack, konkretisiert. Das Leck am Domschacht konnte abgedichtet werden. Dies bedeutet, dass derzeit kein Gas mehr aus dem Tank austritt. Kreisbrandinspektor Frederik Stahl wollte aber trotzdem noch keine Entwarnung geben. Denn dass kein Gas mehr austritt, bedeutet nicht, dass kein weiteres Leck mehr vorhanden ist. Fakt ist, dass das ursächliche Leck geschlossen ist. Denn durch die bis dahin durchgeführten Arbeiten ist es möglich, dass ein weiterer Schaden entstanden ist und somit weiteres Propangas austreten könnte. Derzeit liegt aber der ganze Domschacht unter einer einen Meter dicken Eisschicht, die von den Einsatzkräften entfernt wird. Voraussichtlich am Donnerstag könne man beginnen, die Häuser und Wohnungen in dem Sperrbereich freizumessen, erklärte Hadamars Bürgermeister am Abend. In Wissenbach im Seifen wird in dem Gebäudekomplex, in dem früher der Rewe-Markt ansässig war, ein Vollsortimente einziehen. Um welchen Lebensmittelmarkt es sich handelt, hat Eschenburgs Bürgermeister Götz Konrad noch nicht gesagt. Der Rathauschef berichtete in der jüngsten Gemeindevertreter-Sitzung, dass das Immobilienunternehmen in Frankfurt, das am Ortsrand von Wissenbach ursprünglich einen Discounter, einen Drogeriemarkt und einen Vollsortimenter unterbringen wollte, insolvent ist. Diese Insolvenz werde aber in Eigenverwaltung geführt und betreffe nicht den Verkauf in Wissenbach, erläuterte Konrad den Gemeindepolitikern. In Wissenbach solle weiterhin ein Vollsortimenter einziehen. Die Tinte unter dem entsprechenden Vertrag sei trocken. Sagen würde er aber noch nicht, um welches Unternehmen es sich handele. Der Lebensmittelfilialist wolle am Standort selbst planen, abreißen, bauen und den neuen Markt betreiben. Für den Lebensmittelmarkt hat die Gemeinde Eschenburg einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst. Seit Jahren ist die alte Heizung der Sporthalle in Hüttenberg ein Thema und seit Jahren steht auch fest, dass sie dringend erneuert werden muss. Jetzt soll die Heizanlage endgültig kackaputt und nicht mehr zu reparieren sein. Ganz so dramatisch sei es nicht, erklärt Hüttenbergs Bürgermeister Oliver Hölz. Nur ein Teil der Heizung sei defekt, dieses könne ausgetauscht werden. Laut Informationen aus dem Bauausschuss ist bei der Heizungsanlage der Innenbehälter des Boilers geplatzt. Daher kann die Sporthalle zwar beheizt werden, Warmduschen ist jedoch nicht möglich. Um Abhilfe zu schaffen, auch damit die Heimspiele des Handballbundesligisten TV Hüttenberg nicht gefährdet sind, hat die Gemeinde Duschcontainer beschafft. Grundsätzlich sei ein Austausch des Boilers möglich, sagte Hölz. Kosten würde das um die 10.000 Euro. Der Austausch sei nur eine von zwei Möglichkeiten. So käme auch in Betracht, eine neue Heizung als Zwischenlösung einzubauen. Kosten hierfür 70.000 Euro. Ob nun der Boiler oder die ganze Heizung ausgetauscht wird, das müssen die Gemeindevertreter entscheiden. Am kommenden Wochenende steht die nächste Bauwerksprüfung an der Taubensteinbrücke im Verlauf der Bundesstraßen 40 bei Wetzlar an. Für die Arbeiten teilt Hessen Mobil mit, müsse die B49 zwischen den Anschlussstellen Wetzlar Mitte und Wetzlar Gabenheim in Fahrtrichtung Gießen gesperrt werden. Die Sperrung gilt von Samstagmorgen ab etwa 7 Uhr bis Sonntagnacht etwa 22 Uhr. In dieser Zeit wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Wetzlar Mitte durch Wetzlar über die Bandstraße, Spinnereistraße, Wolfgang-Kühle-Straße und die Landesstraße bis zur Anschlussstelle Wetzlar Gabenheim umgeleitet. Dort können Verkehrsteilnehmer auf die B49 in Richtung Gießen auffahren. Die Fahrtrichtung Limburg ist von der Bauwerksprüfung nicht betroffen. Am 17. März muss wegen der Bauwerksprüfung die Spinnereistraße unterhalb der Taubensteinbrücke voll gesperrt werden. Dies gilt für die Zeit von etwa 8 bis etwa 16 Uhr. Der Verkehr wird währenddessen über die B49 umgeleitet. Es war die vergangenen Wochen zu spüren. Dieser Februar war meteorologisch kein Wintermonat, sondern reinster Frühling. Jetzt die Gewissheit, nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes erreichte auch in Hessen und Rheinland-Pfalz die Durchschnittstemperatur absolute Rekordwerte. Und auch für den gesamten Winter gilt viel zu warm. Fast den ganzen Februar sei milde Atlantikluft nach Deutschland geführt worden, erklärt der DWD das Phänomen. Die Folge waren Rekordtemperaturen und reichlich Regen. Die Sonne hatte es den ganzen Monat über schwer, sich gegen die oft kompakte Bewölkung durchzusetzen. Schnee und Frost suchte man auch in den Wintersportgebieten der Mittelgebirge vergeblich. Nach einer ersten Auswertung seiner rund 2000 Messstationen meldet der Deutsche Wetterdienst ein bundesweites Temperaturmittel von 6,6 Grad Celsius. Das sind sagenhafte 6,2 Grad mehr als der Durchschnitt in der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Gute Mittelhessen.de Gute Mittelhaters.de